Ich lerne Deutsch. Nummer 3495 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Traum ist es, außergewöhnliche Menschen zusammenzubringen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Nach einem erfolgreichen Tag darf man sich auch mal zurücklehnen und die Augen schließen. Nach einem erfolgreichen Tag darf man sich auch mal zurücklehnen und die Augen schließen. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden verspäten. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden verspäten. Wir bauen 30 Windkraftanlagen in dieser Gegend, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden. Denke daran, dass morgen die Schule wieder beginnt. Hast du alle Bücher und Hefte in deinem Rucksack? Denke daran, dass morgen die Schule wieder beginnt. Denke daran, dass morgen die Schule wieder beginnt. Hast du alle Bücher und Hefte in deinem Rucksack? Mein Arzt hat mich krankgeschrieben. 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 Ich muss noch eine Woche zu Hause bleiben. Was ist in der weißen Plastiktube? Sie hat kein Etikett. Diese grüne Windmühle kannst du in Holland besuchen. Diese grüne Windmühle kannst du in Holland besuchen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Tom sitzt in einem Café. Er nimmt an einer wichtigen Online-Konferenz teil. Tom sitzt in einem Café. Er nimmt an einer wichtigen Online-Konferenz teil. Soll ich meine Haare abschneiden lassen, oder findest du sie schön, so wie sie sind? Soll ich meine Haare abschneiden lassen, oder findest du sie schön, so wie sie sind? Camping mit der Familie ist toll, und die Spielkameraden sind direkt nebenan. Camping mit der Familie ist toll, und die Spielkameraden sind direkt nebenan. Camping mit der Familie ist toll, und die Spielkameraden sind direkt nebenan. Ich habe alles zusammen, was ich für dieses Rezept brauche. Jetzt werde ich die Mahlzeit zubereiten. Ich habe alles zusammen, was ich für dieses Rezept brauche. Jetzt werde ich die Mahlzeit zubereiten. Ein neuer Computer ist zu teuer. Ich versuche, den alten selbst zu reparieren. Ein neuer Computer ist zu teuer. Ich versuche, den alten selbst zu reparieren. Das schockiert mich. Die Kunden kommen gerne zu uns, weil wir die größte Auswahl an Brillenfassungen haben. Das stimmt nicht. An besonderen Tagen veranstaltet die Stadt ein Feuerwerk. An besonderen Tagen veranstaltet die Stadt ein Feuerwerk. Hast du meine Einkaufstüten gesehen? Ich habe alles innerhalb von nur zwei Stunden eingekauft. Hast du meine Einkaufstüten gesehen? Hast du meine Einkaufstüten gesehen? Ich habe alles innerhalb von nur zwei Stunden eingekauft. Meine Tochter kommt viel zu selten zu Besuch. Meine Tochter kommt viel zu selten zu Besuch. Umso mehr freue ich mich, dass sie diesmal länger bleiben kann. Nur noch eine einzige Prüfung, dann ist mein Studium abgeschlossen. Nur noch eine einzige Prüfung, dann ist mein Studium abgeschlossen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020